400 Euro oder bis 400 Euro für Rentner ab 1. Januar 2025, das war das Thema meines letzten Videos. Es ging darin darum, dass Sie bis zu 400, teilweise sogar über 400 Euro, Wohngeld unter anderem auch als Rentner beziehen können. Und in diesem Video habe ich noch so schön gesagt, unten, da kommt der Link, da verlinke ich Ihnen den Wohngeldrechner, wo Sie ausrechnen können, ob Sie anspruchsberechtigt sind und eventuell sogar ungefähr, wie viel Wohngeld Sie erhalten. Ja und meine Damen und Herren, ich habe vergessen, den Link da reinzupacken. Tut mir leid, aber dafür liefere ich jetzt nach. Und zwar zum einen, es gibt zwei Wohngeldrechner, einmal der vom Ministerium und von der Internetseite www.wohngeld.org gibt es auch noch einen. Unter diesem Video finden Sie beide Links und als kleine Entschädigung, dass ich im letzten Video das vergessen habe zu verlinken, werde ich mit Ihnen mal so eine Wohngeldrechnung mit den Rechnern gemeinsam durchgehen, damit Sie dann eine kleine Anleitung, eine kleine Hilfestellung haben. Ich hoffe, das ist interessant für Sie. Dazu gehen wir auf meinen Laptop und gehen das gemeinsam durch. Wie Sie hier sehen, ich bin auf der Internetseite www.wohngeld.org und da finden Sie übers Menü oder übersuchen diesen Wohngeldrechner und da ist alles dann auch nochmal erläutert. Und da unten finden Sie dann Wohngeld, zum Beispiel jetzt für 2024 berechnen. Sie müssen den Wohnort eingeben. Da sagen wir jetzt einfach mal München und wir nehmen die Stadt München in Bayern. Sie sehen, Sie kriegen da auch entsprechend den Vorschlag gemacht. Die Brutto-Kaltmiete, hier ist auch immer eine Erläuterung, was die Brutto-Kaltmiete ist. Miete inklusive Nebenkosten, jedoch ohne Heizkosten, Warmwasserkosten und wie gesagt, ich finde immer eine gute Erläuterung. Da sagen wir einfach mal 2000 Euro. München ist eine sehr teure Stadt und 2000 Euro München Innenstadt, das ist keine allzu große Wohnung. Haushaltsmitglieder sagen wir einfach mal, Sie sind zu zweit, Sie, Ihre Ehefrau, Ihr Ehemann und vom Wohngeld ausgeschlossen. Da könnten Sie dann die Anzahl eintragen, wie viele Mitglieder vom Wohngeld ausgeschlossen sind. Hier ist es auch erklärt, was das ist, zum Beispiel wenn Sie andere soziale Leistungen, Bürgergeld, BAföG und so weiter erhalten. Da ist das aber auch dem Fragezeichen immer nochmal kurz erläutert. Und dann noch die Person 1, Person 2 Einkommen, wir sagen einfach mal, wir haben ja Rentner, Person 1 hat 1200 Euro Einkommen, davon Grundrente, wir sagen einfach mal 0. Arbeiter, Angestellter, nein, Rentner, dann fallen die monatlichen Werbungskosten hier weg. Einkommensteuer, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, diese Abzüge haben wir, nein, Rentenversicherung, heißt ja Rentenversicherung, nicht Pflegeversicherung. Die haben wir nicht, also die Rentenversicherung. Und Person 2, sagen wir, hat noch 600 Euro Rente, 0 Euro Grundrente, ist auch kein Angestellter, zahlt aber Einkommensteuer und Krankenversicherung. Alleinerziehend, nein, da gäbe es nochmal extra. Und dann können wir berechnen. Und Sie sehen, Wohngeld berechtigt hier 379 Euro. Da ist dann auch die Berechnung, Sie sehen es, Haushaltsnettoeinkommen wurde berechnet. Das ist das Bruttoeinkommen abzüglich, pauschal 30% sind es, glaube ich, an Einkommensteuer, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, all das. Und weil es die Rentenversicherung hier nicht ist, deswegen wird es ja oben angehakt. Mietstufe für die Stadt München ist die höchste, Mietstufe 7. Und Sie sehen dann entsprechend der Höchstbetrag, Heizkostenbelastung und so weiter, wie sich das berechnet. Und gesamtes Wohngeld 379 Euro. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, 400 Euro sagte ich ja ab 2025. Und wir machen da einfach mal einen kleinen Kniff. Ich werde auf der Seite bleiben und werde sagen, wir berechnen das neu. Nehmen Sie da nochmal mit. Also wir sagen hier neu berechnen und sagen hier einfach mal, wir waren jetzt in 2024 und sagen ab 2025. Den Rest lassen wir hier ja alles gleich und sagen hier berechnen. Wie Sie hier erkennen konnten, auch 379 Euro. Also in diesem Fall ändert sich ab 2025 nicht. Wobei ich auch nicht weiß, ob 2025 diese Werte da schon implementiert sind. Ich vermute eher noch nicht, weil es war ja erst eine Ankündigung, dass das ab 2025 angepasst wird. Ich gehe von aus die ganzen Rechner, da ist das noch nicht implementiert. Aber als Alternative können wir gerne auch mal noch den originalen Rechner vom Ministerium nehmen. Den gehen wir auch gerne gemeinsam durch. Da auch wieder hier auf meinen Laptop. Sie sehen Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die sind zuständig für das Wohngeld. Und da sehen Sie, da ist der Wohngeldrechner im Zweifel auch über die Suche. Da finden Sie den. Ich kann mal versuchen, das etwas größer zu machen. Dann können Sie es besser lesen. Und da haben wir auch, der ist abgespeckter. Ich finde den von Wohngeld.org grundsätzlich übersichtlicher, besser. Aber auch hier haben Sie Informationen zum Ausfüllen und so weiter. Also wir sagen hier auch wieder die 2000 Euro Bruttomiete. Diese Postleitzahl kennt ihr jetzt von München nicht. Und das ist das, wo ich sage, finde ich den anderen Rechner besser. 80,538. Ich habe mal schnell nach Postleitzahlen in München gegoogelt. So, Mietstufe kann ich nicht auswählen. Er füllt aber automatisch aus. So, Anzahl der Haushaltsmitglieder. Auch wieder 2, wie wir es vorhin hatten. Ausgeschlossen 0, Alleinerziehend und so weiter haben wir nicht. Das hat er denn hier gemacht. Haushaltsmitglieder 2, nicht minus 2, 2. Und dann monatliches. Das erste, da hatten wir gesagt 1200. Grundrentenzeiten haben wir nicht. Monatliche Werbungskosten lassen wir auch bei 0. Wir bezahlen Einkommensteuer und grundsätzlich Kranken- und Pflegeversicherung. Und Rentenversicherung nicht. Erwerbstätiges Kind unter 25 haben wir auch nicht. Und der andere haben wir gesagt, hat 600 Euro Rente und zahlt, sagen wir auch, Einkommensteuer und so weiter. Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr. Unterhaltspflichten, all das. Auch Schwerbehinderung würde nochmal zu extra Abzügen oder Pauschbeträgen, die alle abgezogen werden, führen. Führt im Zweifel zu einem höheren Wohngeld. Das sagen wir auch berechnen. Und Sie sehen, auch hier kommen 379 Euro raus, wie bei dem von Wohngeld.org. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei der geringen Rente, wer meinen Kanal schon länger verfolgt oder mir folgt, der weiß, wie man ausrechnet, ob man überhaupt Einkommensteuer zahlen muss. Und bei der geringen Rente bei Verheirateten ist es sogar gut möglich, dass die gar keine Einkommensteuer zahlen müssen. Und da schauen wir mal, was rauskommt, wenn wir beim Wohngeld rechnen, jetzt sagen, nein, wir zahlen keine Einkommensteuer. Auch dazu wieder hier auf meinem Laptop. Wir lassen die Zahlen unverändert und sagen hier einfach, eine Einkommensteuer wird bezahlt. Sagen hier berechnen. Und dann sehen Sie, dann werden aus den 379 277 Euro Wohngeld. Jetzt können Sie natürlich sagen, wir haben 277 Euro, das ist doch nicht viel. Ja, aber meine Damen und Herren, es sind 277 Euro pro Monat. Und in diesem Fall in einer Konstellation, der eine 1.200 Euro Rente, der andere 600 Euro Rente. Das heißt, ein Familieneinkommen von 1.800 Euro. Und wenn man da fast 300 Euro bekommt und 2025 soll es ja noch erhöht werden, dann ist das schon eine ordentliche Hausnummer. Aber wir gehen das auch nochmal an einem anderen Beispiel durch. Wir nehmen mal eine Region, jetzt nicht München, sondern etwas, wo die Mieten niedriger sind. Ich nehme Sie da nochmal mit. Und wir machen das aber bei Wohngeld.org. Ich finde den Rechner besser gehalten. Ich finde den übersichtlicher. Und wir sagen hier jetzt einfach mal Wohnort, nicht München, sondern wir nehmen mal hier bei mir in der Region Kusel. In Rheinland-Pfalz. Und da dürfte die Mietstufe eine andere sein. Und das sagen wir jetzt berechnen. Und Sie sehen, ja, Mietstufe, wirtschaftlich schlechter Kreis, Kusel, Mietstufe 1, also die niedrigste, die es gibt. Und dann erkennen Sie, aber selbst da ist das noch so, da bekommen Sie 182 Euro Wohngeld im Monat in der niedrigsten Stufe. Und wenn wir jetzt sagen, neu berechnen und nehmen auch hier die Einkommensteuer raus und sagen berechnen. Und dann sind es immer noch 109 Euro Wohngeld pro Monat. Und das ist das, meine Damen und Herren, was ich in meinem letzten Video schon sagte. Zum einen, das ist Stand jetzt 2024, nicht 2025. Und Sie sehen, wenn Sie eine niedrige Rente haben, und ich habe jetzt nicht die allerniedrigsten Renten, die teilweise in Deutschland herrschen, genommen. Sondern da sind wir ja fast schon im Durchschnitt. Und da sind Sie wohngeldberechtigt. Daher an der Stelle nochmals, nehmen Sie, ich habe es unten verlinkt, diesmal auch wirklich, unter dem Video klicken Sie die Wohngeldrechner an. Dann suchen Sie sich den aus, mit dem Sie besser klarkommen und rechnen Sie das doch einfach mal unverbindlich für Sie durch. Sie sehen ja, sind nur ein paar Mausklicks. Und dann stellen Sie den entsprechenden Antrag. Wo Sie das alles stellen können, ist bei Wohngeld.org und beim Ministerium auch verlinkt und erläutert. Von daher prüfen Sie das. Ich weiß aus meinem privaten Umfeld, ganz viele Rentner sind einfach wohngeldberechtigt. Und ganz wichtig an der Stelle auch, das gilt nicht nur für Mieter, sondern auch, wenn Sie eine eigene Immobilie haben. Und dann gibt es diesen Lastenzuschuss, heißt das, glaube ich. Und den können Sie beantragen, genauso die Berechnung wie beim Wohngeld. Und von daher sollten Sie das wirklich mal rechnen. Sie werden überrascht sein, wie viele da dabei sind. Und das bringt Ihnen letztlich wahres Geld jeden Monat im Geldbeutel. Scheuen Sie sich da nicht, beantragen Sie Ihr Geld bitte. Von mir war es das ansonsten jetzt für dieses Video. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.